Hallo und Herzlich Willkommen! Hallo, wir sind die Pilots und wir haben nur eine Frage. Schmeckt's? Allerdings, das kann ich mir so sagen. Und zwar haben wir heute wie jeden Donnerstag wieder unsere Volksküche und da haben wir ein sehr leckeres Gemüse mit Hirse. Ich habe es leider noch nicht probiert, weil das ist der Präsentierteller, aber ich habe später noch die Ehre. Nun zu euch. Genau, ihr habt es ja eh schon gesagt, ihr seid die Pilots. Seit wann gibt es euch und wie seid ihr auf den Namen gekommen? Die Pilots in der Dreier-Formation gibt es noch nicht lang. Erst seit Anfang des Jahres quasi. Und wie sind wir auf den Namen gekommen? Wir sind regelmäßig abgestürzt und haben uns gedacht, wir wollen eigentlich in der Luft bleiben. Deswegen das da. Und eine Ausbildung, die wir uns nie leisten können. Deswegen Pilots. Sprich, die einfach nur die Hoffnung, dass es dann weiter geht, immer schön in der Luft bleiben, überfliegen? Ja. So ungefähr kann man es nennen. Passt, perfekt. Wie würdet ihr euren Stil bezeichnen? Was seid ihr für ein Stil? Was machen wir denn? Wir machen eigentlich, würde ich sagen, Classic Rock mit leichtem Blues-Einschlag. Also unsere Lieblingsbands kommen aus der Ecke eigentlich. Und wir probieren unsere Einflüsse mehr oder weniger zu bündeln und Rockmusik einfach zu machen. Also ehrlich Rock? Genau. Es ist ziemlich ehrliche Musik. Es kommt so raus, wie es eigentlich sein soll. Und ja, mit einem bluesigen Touch würde ich sagen. Nice. Jetzt seid ihr noch nicht so lange dabei. Ihr macht Musik in Salzburg. Wie empfindet ihr das? Ist es schwierig, an Auftritte zu kommen? Wie ist das Publikum? Ja, es ist teilweise, also ich würde sagen, es würde nicht schwierig sagen, aber zum Beispiel in Salzburg zum Beispiel haben wir schon einige Gigs jetzt gehabt. Haben wir richtig Spaß gemacht. Aber jetzt wollen wir mal rauskommen aus Salzburg. Und da geht es jetzt weiter. Da wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg bei. Na dann wünsche ich ein schönes Konzert. Wir werden es sehen. Und geben dann wieder ab. Danke. Danke schön. I wish you a nice weekend. And don't forget to rock and roll. Hey, girl. You look so nice. Hey, girl. What do you try? Don't you come over. Untertitelung. BR 2018 Hey, girl Don't you know who I am? Hey, girl I'm the purple man I'm getting started I think I can That's a goal How long I know you Don't you know I'm a loser For years to stay Don't you know I'm a loser Come on, I'm a loser I'm a loser Oh yeah, no Hello, we're the Pilots and we're going to sing Strip the guitar Yeah 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 That's a good song I'm a loser 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 You know I can't give up You know I can't give up You can't forget Oh yeah I'm sorry I'm sorry I'm sorry Yeah, cool, dass ihr kummer seid Geile Scheiße heute Cool Ja gern Vorher waren es mehr Leute Aber die sind heimgegangen bevor das Konzert aus war Das Abend war ein bisschen zu schnell Ja Vanille Strudels Das sind drei Achso Das sind drei Sehr geil Danke fürs Kämmer Entschuldigung die Verspieler Und die leichte Nervosität Genau so ist es Ja Die nächste Song hat Right On One, two, three, go! Riding down Down the hill I always keep watching my darling wheel Riding through the sexy stones Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Danke an die Money Confusions, sie schenken in die ersten Reihe, oder? Ich hab mir gedacht, das ist ein Schmäh, was du... Wie der Arschgeburt. Wenn sie den Mund früchst, passt schon. Was haben wir denn als nächstes? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das ist so eine Keter für die Stimmen. Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz, wir müssen stimmen. Das sind die neuen Saiten. Einmal im Jahr kaufen wir uns neue Saiten, meistens vor einem Konzert. Meistens vor einem wichtigsten Konzert des Jahres. Money Confusion hat eine CD-Release gehabt. Und wir haben neue Saiten aufzuhören. Ich dachte, das ist besser. Deswegen, yeah! Bravo! Weis dann? Und wenn ihr wirklich wolltet sind. Du musst ein wenig fühlen, in denen du modules umsle部 zu sein, überneten wir uns Ancienticarルク. Ausatmen bei den Zufangrolite ... Werden wirline 100 Euro. Und wenn ihr jetzt sehen wollt, Und wenn ihr Veteranseker euch freuen, Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des 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 ZDF für funk, 2017 Auch für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du brauchst dich nicht mehr. Sieg mir. Wege dich. Du brauchst dich nicht mehr. Du brauchst dich nicht mehr. Du brauchst dich nicht mehr. Oh! Ja! Bravo! Danke für den Applaus! Ja! Ist gut! Danke! Danke fürs Mitreisen! Ja, hast du doch sehr zufrieden! Ich glaube, man merkt es! Ich glaube, man merkt es! Wir sammeln! Wir sammeln jetzt! Wie geil, oder? Der Christoph ist schon ganz fertig. Gott sei Dank! Ich bringe meine Bühnenpräsenz. Ich weiß, ich bin dicker meiner, aber du brauchst dich nicht jedes Mal aus. Das waren jetzt neue Nummern. Wir waren ja in einer Zwickmühle. Wir hätten ja den ganzen alten Scheiß-Oma arrangieren können. Haben wir nicht gemacht. Wir haben neue Nummern geschrieben. Deswegen geht es manchmal ein bisschen arsch. Aber hey, Rock'n'Roll ist eine Lebenseinstellung und nicht nur Musik. Und hier rollt's alle ziemlich geil, doch? Wir haben Geld aus dem Ohr! Passt! Wir probieren's einfach weiter! Ja, das ist eh wohl später. Wir kennen uns heute so lange. Auf jeden Fall! Sehr geil! Brüdo! 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 Dankeschön! Brüdo! Brüdo! Genau! Ja, come on. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 The time makes me one Makes me feel like you The time makes me feel like I'm a kid Bye! 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 Was ist ein Jam? Der kann nicht schief gehen. Das ist eine Tribune. 1, 2, 3, GO! 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 2, 3, GO! 2, 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 5, 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 GO! 6, GO! 5, GO! 5, GO! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Danke Marc, danke fürs Kumpen, danke fürs Applaudieren. Wir sehen uns schon drüber. Wow!